Fußballfreunde, heute heiße ich Sie herzlich willkommen zu einem weiteren Spieltag der ersten Fußball-Bundesliga. Heute heißt es im Olympiastadion, Hertha BSC empfängt den FC Bayern München. Ja, Spielkommendator für Sie natürlich wieder mal, Garlatzei, wie auf YouTube hier. Wir spielen Mittwochabend am 1. März 2017, 1. gegen 11. Bayern 41 Punkte, wir 28. Und, ja, die Ausstellung von Hertha ist, äh, B-lastig, wir sind ja, ähm, da ich mir gesagt habe, ach komm, was hast du zu verlieren? So, beste Abwehr, okay, hat Bayern, gut, wir sind dann nicht in der Reihe vertreten. Ähm, ja, ich habe mir gedacht, ey, komm, spielst du das gleiche Ding, wo du dir gesagt hast, ey, gegen Barcelona hast du keine Chance? Ja, haust du mal ein paar Spiele raus, und zwar, Jaschen im Tor, Pekarik, Hegler, Stark und Mittelstädt bilden, ihr habt für Lustenberger, Alan und Ronny bilden das Mittelfeld, Alagui, Schieber und Kurt den Sturm. Ähm, eigentlich sieht das ein bisschen anders aus, dadurch, dass Ronny weiter vorne spielt und Alagui da, wo er jetzt steht, weil Alagui ZM ist und Ronny ZOM, ähm, ja, habe ich die so hingestellt. Ähm, und habe auf Konter gestellt und hoffe, dass wir jetzt vielleicht drei Punkte mitnehmen können, ja. Und Bayern mit Ulreich im Tor, Lahm, Boateng, Hummels, Alava, die Abwehr, Vidal, Kimmich, Alonso, das Mittelfeld und Weller, Müller und Ribery bilden den Sturm. Also fast genau die, oder genau die gleiche hier zumindest angezeigt, äh, Formationen wie wir. Ich kann ja vielleicht mal kurz zeigen, ja, so sieht nämlich unsere aus. Ronny ist ein bisschen weiter vorne als Alon, aber ansonsten ist alles gleich Widerstand. Ja. Ich habe die auch einfach nur ausgewechselt, dadurch, dass unsere anderen Spieler inzwischen im, ähm, gelben Bereich schon sind. Heimo Wasserschneider mal wieder, Schiedsrichter der Partie, aussehen verändert sich natürlich wie immer. Ähm, ja, dadurch, dass die anderen halt einfach schon kaum noch Power hatten zum Rennen und jetzt mal gegen den, äh, äh, ja, deutschen Meister eine Pause kriegen oder auch gleich mal 1-0 in Führung gehen. Nein, okay, schade. Hätte ja klappen können mit der Aufstellung, haben wir ja schon so einige Vereine besiegt. Ne? Da gab es ja schon zahlreiche, die weit kassiert haben. Gladbach, Barcelona, ich glaube noch irgendwer, aber ich weiß Gott nicht wer. Wolfsburg, glaube ich. Und, naja. Honey, komm, schon den Hässe haben können. Und ich hätte auch noch, äh, Baumjohan oder Stocker reinstellen können, aber die waren auch beide schon so am Arsch. Und dann habe ich gesagt, ach komm, dann schätze lieber Alon rein. Auch wenn der jetzt vielleicht noch nicht so erfahren ist, aber, naja. Gegen den deutschen Meister kann man dann schon mal auf einige verzichten. Ich meine, wenn man da sich sicher ist, dass man verliert. Also, ich meine, sicher bin ich mir nicht, dass wir verlieren, aber die Aufstellung bringt auch was, weil Gabriel sich verletzt hat. So können wir nur Lustenberger dafür reinstellen. Und Alan ist nicht schlecht in dem Verteidigen, was war das? Ähm, deswegen habe ich ihn auch reingestellt, dadurch, dass er halt Lustenberger ein bisschen unterstützen kann. Gut, der ging nicht rein. Ähm, damit er ihn ein bisschen unterstützen kann. Und, äh, ich habe das Gefühl, dass dieses Spiel ganz mies ausgeht. Aber vielleicht belehren sie mich ja etwas anderem. Ich weiß nicht warum, aber unsere Stürmer haben keinen Bock mitzurennen mit den, äh, Abwehrspielern von Bayern. Ja. Zuletzt, also bis jetzt haben wir eine Siegesserie oder eine ungeschlagene Serie von sechs. Siegesserie kann man sie nicht nennen, dadurch, dass wir einmal unentschieden gespielt haben. Alter, ihr könnt ihn auch wegspielen, ich habe damit kein Problem. Ähm, ja. Aber bis jetzt sind wir in sechs Spielen ungeschlagen. Und Kurt macht sich auf den Weg und Schieber ist auch schon in der Mitte, aber kommt nicht rechtzeitig hin. Kommt schon in den hast du Lusti. Oh, schade. Okay, den wird er nach Rom passen. Wollte es zumindest versuchen. Habe ich es gesagt. Verhindern konnten wir es trotzdem nicht. Ah. Okay, schade. Ich dachte, wir kriegen vielleicht einen Wurf. Mit ein bisschen Glück. Komm schon. Ja, sauber. Nein, was war das denn? Oh, scheiße. Nein. Schön. Er ist dazwischen gegangen. Halt den. Was war das denn? Alter. Ja, Stein. Da beugt er sich so ein bisschen nach da und das war's dann. Ey. Nein, nicht schießen. Ich wollte in zwei kommen. Weil ich dachte, ich kriege den nicht. Aber immerhin haben sie Ulreich im Tor. Das heißt, wir können uns auch mal vielleicht mit einem Weitschuss wagen. Gegen Neuer wäre das vielleicht was anderes gewesen. Ein bisschen, naja, okay, konzentrieren hat sich gerade erledigt. Oh, komm schon, Lustenberger, der hätte es aber kriegen können. Schön. Ach, Mann. Lass dir den noch nicht immer so leicht abnehmen. Komm schon. Alargui. Ja, sauber, 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 sauber. Komm schon, Schieber. Nein, Mann. Du bist doch Linksfuß. Oh, der wäre so schön gewesen. Den hat er sich dann nochmal geholt, weil der passt nicht perfekt. Aber immerhin einigermaßen gut war, ja. Das war so klar. Aber man kann es halt nicht verhindern. Nein. Aber Bayern kommt natürlich zwar auch halbwegs mit einer B-Mannschaft an, aber Alaba, Boateng, Hummels, Lahm, Vidal, Müller, Alonso, Ribery. Die, ja, da sind vielleicht zwei, drei dabei, die jetzt nicht so krass sind. Aber sicherlich auch schon krass für härter Verhältnisse, sagen wir so. Oh, ja, Stein, schön. Schade, okay. Und da wir auf Konter gestellt haben, könnte das jetzt hier gerade klappen? Nein. Oh, Kurt. Ja, holen wir, holen wir, holen wir. Komm schon, komm schon. Oh, Mann. Den hättest du doch beinahe gehabt. Schön. Von Alain. Aber der Pass war nicht so geil. Nein. Komm schon. Nein, Ronny. Gebt mir nicht auf die Nerven mit eurem Hin- und Hergelaufe. Nein. Was war das denn? Och, Ronny, wenn ich vorne rumspielen will, dann... will ich auch vorne rumspielen. Na, pass doch, wenn ich schon auf Pass drücke und nicht noch annehme und dann erst. Was macht Mittelstädter eigentlich? Oh, und dann läuft er zu weit, weißt du? Stell dich da vor, Lustenberger. Okay. Irgendwie habe ich ein mieses Gefühl bei dem Freistoß. Okay, doch nicht. Alter, passt doch einfach. Ist das denn so schwer? Boah, ey. Was war... Hau den doch einfach weg. Meine Fresse. Yo, alles klar. Gebt vielleicht. Danke. Und dieses Spiel wird hartnäckig. Okay. 0-0 zur Halbzeit. Dass es jetzt schon Halbzeit ist, ist ziemlich komisch. Aber gut, ich dachte, wir wären vielleicht noch weiter 30 Minuten oder so. 0-0. Wir halten uns Wacker. Auch ein paar Stöße nach vorne. Also, ich meine, wir hätten auch in Führung gehen können, wenn auch unverdient. Aber wir hätten es machen können. Ja. Ich sag nur Schieber. Sollen wir unsere Joker bringen? Ich weiß nicht, aber die können nicht auch. Die können auch nie mehr. Nee, komm, wir lassen es sein. Okay. Zeit in 45 Minuten. Äh, wir gehen Bayern jetzt mit dem Anschluss. Und wir haben schon wieder zuerst auf die Ostkurve gespielt. Wieso spielen wir immer zuerst auf die Ostkurve? Ich finde das eine Frechheit. Ja, okay. Wir stehen zwar hinten gut. Naja, okay, gerade nicht. Oh Gott. Jo, geht der gegen Pfosten, ey. Was war das denn? Ich wollte ihn nur wieder ablegen, damit die ihn gleich weiterverarbeiten können. Aber nein. Hä, wohin? Das wird nicht das 1-0, okay. Meine Fresse. Nein, was war das? Mann. Ey, dann stehen mir meine eigenen Spieler im Weg. Oh, schön. Jetzt geht's auswärts gegen Hamburg. Ah. Es wird nicht leichter, Spiel. Komm schon, Schieber. Ja, la Gui, glaube ich, ist es. 1-0, wir fügen gegen den deutschen Meister. Rekordmeister, ja. Ich wollte ihn eigentlich unten ablegen, aber der geht rein, geil. Da, wer läuft, ne, irgendjemand, der da unten läuft, wollte ich abgeben und nicht erlagen will. Kurt, den wollte ich eigentlich abgeben, aber der Pass kam zu lahmarschig, aber trotzdem geht das Ding rein. 1-0, Freunde. Wieder auf Erfolgskurs. Boah, weißer Rennfeld mich voll an oder uns. Timo Lenz. Außer Rand und Band, der weißer. So, und jetzt würde ich am liebsten nur halten. Ey. Okay, vielleicht können wir den ja auch verwandeln. Mit ein bisschen Glück, okay, nee. Hätte Mitte steht schon ein bisschen schneller sein müssen, aber das nehme ich ihm nicht übel, weil die war nicht gut, die Flanke. In der Hinrunde haben wir in der 91. Minute oder 92. Minute noch das Gegentor kassiert. Da stand es ja 0-0. Und dann hat Bayern durch Rom, glaube ich, gegen uns das 1-0 gemacht. Boah, der war schon draußen, ja. Okay, erste Ecke, glaube ich, im Spiel. Müsste aber. Boah. Okay, Schieber kommt nicht ran. Zuerst Ulreich. Nein. Nein, ich wollte abziehen. Schön. Schön von Kurt dazwischen gegangen. Das heißt, wir können uns wieder sortieren. So ein bisschen zumindest. Du verarschst mich nicht. Pass auf, der passt hoch. Der passt hoch. Ja. Nein, nein, schade, Schieber. Den hätte er beinahe noch vorbeigebracht. Schön, Lustenberger. Nein, Alaba ist natürlich schneller, aber es ist klar. Oh, Schieber, schade. Jetzt machen wir aber Druck hier, ey. Obwohl wir eigentlich auf Konter eingestellt haben, weil es nicht hoher Druck. Schön von Allah. Nein. Nicht zu früh rauf gehen, das könnte ein fataler Fehler dann noch werden. Komm schon, schön, Lustenberger, aber leider kriegt den Kimmich wieder. Nein, komm, den kriegt er nicht mehr. Sauber. Okay, noch 14 Minuten, oder? Naja, 13. Kingsley Coman kommt für Franck Reverie. Alter, Hilfe. Nein, das war abseits, schade. Naja. Bringt ein bisschen Zeit, wenn auch irgendwie, warum nur auch immer 10 Sekunden, aber okay. Schade, den hätten wir beinahe gekriegt. Ronny, holen wir... Nein, da sind wir viel zu offen, warum? Nichts da, einfach nur weg. Und den kriegst du gar nicht nur noch. Schön, und der kommt an. Nein, oh, ich dachte, den lenkt der noch irgendwie in sein eigenes Tor rein, ey. Okay, zweite Ecke im Spiel gehört auch uns. Komm schon, Schieber. Ah, schade. Ja, nein, ich dachte, der lässt den durch und sein Tor kriegt nichts mit, oder Ulrich kriegt nichts mit. Einfach nur irgendwie so ein bisschen auf Zeit spielen. Nein, ich wollte den auf Ronny. Na, was war das denn für ein Schuss? Schön. Fuck, drei Minuten, so wie schon in München. Ja, er vergibt, oh mein Gott. Vielen Dank, Alaba. Danke. Heilige Mutter, Alter. Ja, nein, wo ging der denn hin? Oh, danke, dass ihr so vergebt. Bitte pfeif einfach nur ab. Bitte, 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 bitte. Einfach nur weit weg noch. Den haben wir, und vielleicht kriegen wir noch ein Tor rein. Oh, fast noch 2-0. Dritte Ecke im Spiel, und wahrscheinlich auch letzte, gehört auch uns. Die machen wir nicht. Pfeif einfach ab. Danke. Wir gewinnen. Gegen den Rekordmeister. 1-0 durch Alaba. Wenn auch kein schönes Tor, aber immerhin. Ja, Ancelotti, so gut wie er immer ausseht, ja. Nicht zufrieden. Und unsere Siegeserie geht weiter. Ich glaube, es geht, Alter. Alter, wir zahlen den Bayern das 1-0 Heim, was schon nicht in der Hinrunde sein hätte müssen. Alter, wir nehmen drei Punkte mit. Alter, und ich habe den ganzen Tag schon so Kopfschmerzen, jetzt noch erst recht, dadurch, dass ich mich so konzentriert habe. Ich hätte mich auch mit einem Unentschieden zufrieden gegeben, was vielleicht auch verdienter gewesen wäre. Würde ich gar nicht abstreiten, aber... Boah, wir haben Druck gemacht zum Schluss. Muss man sagen, 19 zu 5 Zweikämpfe haben wir gewonnen. Weniger Fouls, mehr Ecken. Hä? Bayern hat zwei Ecken? Okay. Achso, stimmt, wir hatten gar nicht die erste. Ähm, 75 Prozent. Okay, waren wir besser. Und passgenauig. Ja, ausgeglichen halt, aber wir haben halt dieses eine Tor gemacht. Mann, geil. Und damit sollten wir jetzt auf dem 9. oder 10. Platz stehen. Ich bin mir nicht sicher, auf welchem. Aber den ersten Platz besiegt. Wir kosten ihn wahrscheinlich gerade den, äh... Den, den ersten Platz. Ne, doch nicht. Köln hat auch anscheinend verloren. Okay, wir sind aber 9. Mit 31 Punkten. Am nächsten Spieltag... Ja, könnte schon... ...soweit sein, dass wir... ...auf Platz 6 kommen. Oder 7. Also, krass, wie das gerade abgeht, ne? Und wir sind beinahe 65, weißt du? Das ist so unverdient, meiner Meinung nach. Pressekonferenz. Yeah! Bitte. Wollen wir doch Adler verunsichern? Ne, keine Ahnung. Trainer vom Hamburger SV. Ne, um ehrlich zu sein, möchte ich eigentlich nur Hamburg ein bisschen verunsichern. Ja, und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns morgen bei einer weiteren Folge, äh... Hertha BSC Karriere. Schaltet auch wieder ein, wenn es wieder heißt. Hertha BSC gegen den Hamburger SV. Und habt noch einen schönen Tag. Und haut raus!